Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Legendary. Wir sind ziemlich gezeichnet hier vom letzten Mal. So ein bisschen Heilung wäre ganz, ganz dufte. Na, was denn jetzt? So. Da gab es einen kurzen Ruckler. Alles gut. Klasse. F habe ich doch gedrückt. Ich muss mal ein bisschen vorrücken hier. Oh, immer schön heilen. Jawohl. So ist das fein. So haut das rein. So. So, den haben wir. Da drüben ist einer. Hör mal. So. Oh, noch ich schwarm. Aber da oben geht es ab, ey. Leckt mich fett. So, drinnen wärmer. Ein Aufzug wär ganz, ganz gut. Ich will jetzt nicht hier die ganzen Stockwerke hochrennen müssen. Jawohl. Ein bisschen Hacking zum Schluss. Einwandfrei. So soll das sein. Kontrollpunkt. Juhu. Oh, geil. Was ist denn hier los? Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Müsst du mich verarschen? Zwei Stück? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Komm jetzt. Fall halt mal um ey. Oh. Oh, grad so ey. Was ist hier los? Ich brauche Munition. Ich brauche Munition. Gut. Echter Witz, oder? So, wie schaut's aus jetzt hier? Wollen wir uns mal wieder ein bisschen Muni hier ab. Wenn ich wüsste, was gut ist. Da vorne war noch eine Muni-Kiste. Mal gucken, ob da noch was war. Genau. Genau. So. Na ja, 27. Können wir noch mitnehmen. Jawoll. Schau gut aus. Dann wollen wir mal. Ab nach oben. Ohne, dass ich drücken muss. Praktisch. Weiß auch, wo ich hin muss. Zwölfte Etage. Oh Mann. Dann wollen wir mal an. Dann wollen wir mal an. Halten Sie die Stellung um jeden Preis. Ihr dürft dann jetzt nicht aufhalten lassen. Schlagen Sie sich durch Ihren Verteidigungslinien. Wir müssen die Maschine stoppen. Wir müssen die Maschine stoppen. Wir müssen die Maschine stoppen. Schau gut aus. 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 Green Bay, McKay. Hier ist Omega 2. Schau gut aus. Ich bin die Schlöpste. Ich bin die Hunde. Ich bin die Schlöpste. Können wir nicht endlich mal ganz hoch fahren? Na geh frei zu. Was haben wir denn nicht für ne Rüstung her? Hier nicht Umfeld. Was schließe ich denn hier mit? Plastikpatronen oder was? Wir tun ein bisschen pritzeln auf der Haut. Guck mal hier, da passiert überhaupt nichts. So, wir laufen jetzt mal hier rum. Da kommen wir nicht auch dahin, wo wir hinwollen. Warum muss ich jetzt da hinlaufen? Äh, ich würd lieber die, die dicke Boom mit da nehmen. Hallo? Hm, super. Geht wieder nicht. Natürlich. Dafür haben wir ja Zeit. Ich leg dich Estamos wieder mit. Ich bin jetzt eine正義 in die Richtung. Jetzt bin ich zufrieden. Ich bin alle neu vorbereitet. Ich bin alle, wir haben gegen das leiskend. Ich bin immer, ich bin alles. Ich bin alle, wir sind alle mehr. C Mars Notice der Land. Vielen Dank. Oh, hier ist leider nichts weiter. Ach man, naja, dann... Ab nach vorne. Angriff ist die beste Verteidigung. Oh. Wie kriegt man den jetzt am besten hier vom Himmel? Ah, das sind unsere Leute, das ist ja prima. Kommt ihr auf einmal her? Ja. 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 Aach! Die nehmen wir noch mit. Da war nix mehr. Und weiter nach oben. Heieiei. Ich will der zwölfte Etage. Erläubung! Juhu! Ich hab das mitbekommen. ZAKRATU! Gerade du! Du hast mir bis jetzt überhaupt nicht helfen können. Ich hab das mitbekommen. Oh nein! 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 Wie ich die Dinger hasse, ey! Oh! Oh cool! Na, was denn jetzt? Oh, Gaskammer. Ey, lass mal lieber sein. Okay, hier ist nix weiter, würde ich sagen. Ohne Topf haben wir noch. Hm. Hier schnauft doch irgendwas. Ich wusste doch, hier schnauft irgendwas. Ich wusste doch, hier schnauft irgendwas. So, da müssen wir hin. Ich hab fast gedacht, dass die jetzt von da kommen. So, jetzt müssen wir die alte hier befreien. Boop. Ich dachte, die stehen wieder auf. Natürlich. Ich verstehe nicht, warum man jetzt nachlädt. Ich hab nämlich nicht R, sondern E gedrückt. Aber gut. Na, Uschi? Oh, dein Laufstil. Er erinnert mich an Lara Croft. Das ist aber einige Jahre her. Ja. Prima. Jo, alles klar. Was du mir nicht helfen kannst, das weiß ich ja. Nee, 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 nee. Erstmal Munition. Richtig. So. Jetzt machen wir uns auf dem Weg. Das wär ja auch zu einfach gewesen. Das wär ja auch zu einfach gewesen. Das wär ja auch wieder zu einfach gewesen. Und, wir fahren wieder auf die 12. Geil. Guck mal, die Glocke hier. Komm. Ping. Na. Servus. Okay. Na, das darf natürlich nicht passieren. So. Ich kann die Maschine von hier nicht abstellen. Das war mir klar. Ja. Ja. Okay. Natürlich. Ja. Jetzt muss ich aber leider enttäuschen. Ja. Da wir jetzt schon wieder bei 20 Minuten lang gekommen sind, würde ich sagen, das Finale schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir es beim ersten Mal packen werden. Nicht, dass das jetzt hier zu lang wird. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da. Denkt wieder dran. Wir haben immer noch das Gewinnspiel am Laufen. Schaut da mal vorbei. Okay. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned und bis bald.